Starten. Gibt es hier ein Bett? Nein. Darf ich hier mal kurz reinschlafen? Ich bin nämlich schwer verletzt. Ich brauche ein Bett zum Schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Haut hin. Noch hat mich keiner zusammengeschlagen. Was suchst du? Schlaf. Danke. Den habe ich gefunden. Alles gut. Gut. Dann werden wir weiter hier den Weg rauf gehen. Oh, da gibt es Pilze. Die nehmen wir auch gern mit. Und wieder ein hübsches Klohöschen. In den Büschen. Perfekt. Da ist noch was. Dieser Druiden-Schierling. Genau, den nehmen wir auch mit. Ja, passt. Jetzt harsch mal da weiter rauf. Und geben dann den Dom. Den Dom, sage ich schon. Richten dann vom Dom an den Inquisitor die Liebgrüße aus. Und das Friedensangebot. Oh, das wird schon klappen. Hoffentlich. Auf jeden Fall gehen wir da weiter rauf da. Ja. Darauf müssen wir. So, ja. Hallo, ihr Viecher. Wo seid ihr? Ein paar Gnome wären jetzt ganz hervorragend. Heilkraut. Nehmen wir gerne mit. Ein Riesenpilz, der für nix ist. Auch nicht schlecht. Das, das schaut verdächtig aus. Ich glaube nicht, dass wir das mit Springen schaffen werden. Da geht es sicher anders hin. Also. Irgendwie anders. Eine Mahnerpflanze. Ich glaube, es war eine Mahnerpflanze. Mal kurz kratzen. Uh. Da haben wir wieder schöne Stachelratten. Das war für nix. Au. Geht schon rum. Ich bin schon wieder aufs Maul. Da bist du mein unschuldiger kleiner Held. So. So. Jawohl. Noch jemand? Daweil nicht. Alles gut. Was? Nehmen wir wieder alles mit. Und auch hier dieses Pflanzerle. Diese Pflanze da. Was ist hier? Eine Truhe. Oha. Was haben wir denn da drinnen? Ein bisschen Gold. Ein Stück Brot. Das ist sicher schon recht trocken. Und nochmal Stachel. Super. Stachel, Stachel von dem Stachelschwein. Ach, herrlich. Und wie ist das fein? Was haben wir hier? Eine Spitzhacke. Goldmünzen. Aber wir können das auch nicht. Um Erzschürfen verstehe ich nichts. Nein. Keine Ahnung, wie das geht. Wenn ich da drauf haue, da kriegt man keine Nuggets raus. Da kriegt man nur, weiß ich nicht. Alles andere. Ein rostiger Zweihänder. Und ein kleiner Schild. Okay. Perfekt. Gut. Haben wir das auch bekommen tun. Das haben wir auch bekommen tun. Dann da drüben sind noch ein paar Motten. Die werden wir mitnehmen. Die werden wir umhauen. Komm her, du Motte. Ja. Du wirst schon wieder stechen, ne? Ja. Du wirst wieder das Viech. Zack. 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 Jawohl. Jetzt bist du dran. Jawohl. Mit mir ist da gerade eine Fliege. Die spinnt da ein bisschen rum. Die will mich die ganze Zeit zwicken. Aber ich rieche doch nicht nach Essen. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich nicht nach Essen rieche. Ja. Was ist das da drüben für ein Viech? Ist das eine Flugameise? Ist das gesund? Keine Ahnung, ob das gesund ist. Werden wir gleich sehen. Ich fürchte, die wird uns weghauen. Hallo, du Viech. Ja, es geht. Es geht. Was ist das? Eine Panzergrille? Aha. Aber das ist ein Bild träge, glaube ich. Zumindest sehr auf Blocken aus. Boah, boah. Von Regen träge. So, jetzt haben wir es einmal erwischt. Ich will mich aber ehrlich gesagt nicht erwischen lassen von dem Viech. Das tut sicher weh. Dam-da-da-da-ba-ba-ba-da-ba-da-dam. Immer fester drauf. Komm, dann wird sie hin. Hoffen wir einmal, dass es uns gelingt. Blödes, schirkes Viech. Ja. 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 Schön. 140 Punkte. 140 Erfahrungspunkte. Bistum, Deppam. Das ist viel. Das ist viel. Umso schöner, dass wir das Viech umgehauen haben. Hohoho. Oh. Schön. Da sind noch so ein paar Graben-Mottis. Ist da nicht ein Kraut? Na, nichts Kraut. Ja, ja. Hör auf, dich aufzulegen. Gesterben ist gescheiter. Sterben. Au. Oh, jetzt stichst du mich trotzdem. Au. Na warte. Das, das nehme ich dir jetzt übel, Bufiech. Das nehme ich dir übel. Ja. Aber sowas von. Sticht mir da einfach. Einen unschuldigen Helden. Einfach so stechen. Das gehört sich nicht. Das sieht immer aus, als wenn da eine Pflanze wachsen würde. Aber da ist in Wirklichkeit nichts. Aber schon gar nichts. Hier eine Stachelratte. Kameraduratte. Sind das Skavenges? Skavenges sage ich schon wieder. Seegeier. So. Nichts Skavenges. Seegeier. Die tun heils ein Seegeier. Seegeier. Was ist das? Alter, wieso hast du mich jetzt gerade aus dem Spiel gehauen? Es legt gerade volle Kanne. Was ist jetzt los? Irgendwas? Eine Errrowmeldung? Ich habe keine Ahnung gerade. Es legt gerade fürchterlichst. Oh Gott. Bitte keine technischen Gebrechen. Bitte nicht. Ich bin auch eine ganz liebe Zocki. Oh scheiße. Was ist denn das jetzt bitte? Ja. Das sollte so aber nicht laufen. Ja. Hoffentlich hat das jetzt nichts mit dem Ort hier zu tun. Reich haben wir es. Ich hoffe, das fängt sich wieder. So muss ich das Spiel versuchen, neu zu starten. Oh, jetzt hat es sich wieder gefangen. Ja. Scheint echt hier an dem Ort zu liegen. Oh, 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 oh. Schande. Obwohl ein bisschen lecken tut es noch. Ich mag den Ort hier schon nicht. Der gefällt mir ganz und gar nicht. Ah, jetzt legt es wieder mehr. Das ist nur hier diese Stelle. Gleich mit Errrowmeldung. Schande. Ich nehme noch schnell den Inhalt der Truhe mit, wenn ich es schaffe. Nochmal von vorn. Ja, nochmal von vorn. Ja, nochmal von vorn. Geht doch. So, geht doch, ja. Wir haben Kochrezept. Novizentopf hat heilende Wirkung. Gehe mit folgenden Zutaten zum Kessel. Einmal Kartoffel, zweimal rohes Fleisch und Wein. Super. Ja, die wissen, wie man kocht. Mit Wein was ablöschen. Gewisse Rezepte, ich schwöre. Das ist echt ein Gedicht. Boah, das passt mir gerade gar nicht, dass das hier so leckt. War das... Ist das jetzt nur wegen, weil ich jetzt... ...zwitsche oder... ...oder... ...bis zum nächsten Morgen schlafen? Ich habe Angst. Ich gehe da sofort weg. Ich hoffe, die Aufnahme hat es jetzt nicht gesprengt. Weil Twitch, glaube ich, überträgt noch. Boah, das leckt gerade. Was ist denn da los, ey? Das fängt sich gar nicht mehr. Ich bleib mal stehen. Wartet mal kurz. Ist wieder typisch. Aha, jetzt kommt wieder... Ist jetzt vorbei? Nein. Jetzt meldet er mir wieder, ich hätte zu wenig Speicher zur Verfügung. Das ist auch total interessant. Das klappt gerade nicht so, wie ich möchte. Ich gehe ein bisschen raus aus dem Gebiet und werde das Spiel einfach nochmal neu starten. Und hoffen, dass es dann funktionieren tut. Ich glaube, hier bin ich sicher. Ich speichere das mal. Ich glaube, ich glaube, auf einen eigenen... Ich werde den da nehmen. Gut, dass ich den noch nicht gelöscht habe. Okay. Ich beende das jetzt mal. Okay. Und starte das Spiel nochmal neu. Würdest du bitte... Und so? Übel. Das passt mir gerade gar nicht. Die Aufnahme läuft noch. Gott sei Dank wenigstens irgendwas Positives. Das heißt, hoffen und beten. Das würde mir gerade überhaupt nicht in den Kram passen, wenn da jetzt wieder ein technisches Problem wäre. Jetzt ist der Twitch eh schon so lange ausgefallen. Ich wollte heute extra noch ein bisschen was nachholen. Ein bisschen was, ja. Zwei Folgen mehr machen. Also YouTube-Folgen mehr machen. Ja. Hier sehen wir nochmal die Warnung. Ja. Achtung. Auch wer es gemacht hat. Puh, das würde mir gerade echt nicht passen. Bitte. Bitte. Sein liebes Spiel. Bitte. Ich werde mal fortsetzen gehen. Okay, das schaut schlecht aus wahrscheinlich. Wenn er so lange lädt. Boah, Glück gehabt. Danke, lieber Herrgott. Danke, lieber Risengott. Vielen, vielen lieben Dank, ihr Titanen. Wer auch immer da. Okay, es funktioniert. Es haut hin. Ich kann aufhören zu schwitzen. Ich hatte schon solche Panik, dass ich jetzt wieder die nächsten paar Stunden damit verbringen muss, den Fehler zu finden. Echt Glück gehabt. Glück gehabt. Boah, ey. Ich muss, ich brauche nichts abbrechen. Bin ich froh. Komm nachher, du Stachelratte. Passt. Erledigt. Das gibt da rüber, also das Haus, also die Hütte da drüben, da gehe ich nicht mehr hin. Da gehe ich nicht mehr hin, egal wie verletzt ich bin. Da gehe ich nicht mehr hin. Aus. So, wir bekommen hier einen kleinen Heiltrank, ein paar Pfeile und ein kleines bisschen Gold. Also Goldmünzen. Passt. Ähm, ja. Boah. Ja. Huch. Ja. Huch, da ist ein Wölfchen. Einmal nur geschlagen. Ja. Schlag ich öfter zu. Ha. Batsch. So, passt. Der ging gut. Den haben wir gut besiegt. Den haben wir gut besiegt. Gut. Ja. Den Leichnam hier, den rauben wir gleich aus. So, ja. Auf den Schock, eh, muss ich gerade mal was trinken. Prost. So. Jetzt geht es auch mit den Reden leichter. Ist ja unglaublich. So. Und weiter nach oben drum. Aber ja. Huch. Au. Ich habe mich jetzt gerade nicht gesehen. Entschuldigung. Batsch. So. Sehr fein. Da oben habe ich schon gesehen. Einen Seegeier. Oh, ja. Aua, aua, aua. Batsch. Und nochmal. Nochmal. Passt. Weg ist er. Ja, mit deiner Keule. Hm. Da hören wir schon den Glockendurm von der Vulkanfestung. Wir kommen ihr immer näher. Wir stehen. Oh. Oh. Listige Gnome. Äh, Gnome. Siehst du? Ist es soweit. War passt schon Gnome. Lustige Gnome. Au, 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 au. Batsch. Ist glaube ich auch eine Quest. Ja, ja. Sicher. Ja. Ja, ja. Das war der Falsche. Anvisiert natürlich. Bing. Boing, boing. Batsch. Ja, ja. Du willst auch eins drüber haben. Ja, gern. Ja, würdest du ihn treffen vielleicht auch? Das wäre das Mindeste. Sonst wären wir da nicht fertig, Alter. Au. Mistvieh. Dreck hat's. Zack. Batsch. Jawohl. Tatsächlich, es ist eine Quest. Natürlich ist es eine Quest. Au. So, du bist auch erledigt. Und du jetzt auch gleich. Batsch. Züge die Nase. Ganz super. Jawohl. Ja. Ja. Gefährliche Monster. Gut. Passt. Können wir ihm dann gleich Bescheid geben, dass wir das auch geschafft haben. Wird er sich sicher freuen. Was haben wir hier? Einen Ring. 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 Genau. Ring der Energie. Maximales Mana plus 10. Gut. Okay. Es mag es hier super. Und kleiner Heiltrag. Nehmen wir alles gerne mit. Puh. Wow. Na, da drüben. Das Zelt. Können wir echt gestohlen bleiben. Ein Knüppel. Den nehmen wir auch noch gern mit. Hat da noch jemand eine Waffe? Ja. Ansonsten haben wir alles, ne? Ja. Passt. Puh. Na. Ist ja unglaublich. Ist unglaublich. Ah, der Paul. Der Paul. Und eine Helden. Wie war das? Heldenkrone oder so. Hallo, Paul. Und was machst du hier? Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich steh mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Ja. Einer hat halt immer den Kürzeren gezogen, ne? Oder tut halt ziehen, so. Warum haust du nicht ab? Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran hab ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut. Immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werd ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da zieh ich die Vulkanfestung vor. Alles klar. Ja, da hast du wenigstens ein warmes Plätzchen. Genug zu essen, genug zu trinken. Ja, was soll man machen? Das stimmt schon, was er sagt. Deine Monster sind auf jeden Fall erledigt. Deine Monster sind erledigt. Wirklich? Du hast gegen diese Schrecklichen... Du hast dich ihnen gestellt? Psycher. Gnome. Es war eine Bande von kleinen Gnomen. Oha. Gnome? Ähm. Bist du sicher? Ich meine... Danke. Schon gut. Hör mal. Es ist vielleicht besser, wenn wir das nicht an die große Glocke hängen. Waren ja nur ein paar Gnome, oder? Schon gut. Danke. Ich hab hier auch noch ein paar Münzen für dich. Dankeschön. Hinter dir. Ein schreckliches Monster. Schau mal. Das ist zu riskant. Okay. Nichts mit Taschendiebstahl. So. Jetzt sind wir da. Ah. Ein weiterer Freiwilliger. Nein, eigentlich nicht. Ich muss nur mit dem Inquisitor sprechen. Ich muss mit dem Inquisitor reden. Na klar. Und warum sollte Inquisitor Mendoza, der Anführer des Ordens der Heiligen Flamme, wenn einer Wurst wie dir reden wollen? Du bist echt freundlich. Wirklich. Einmal anschupfen und er fällt ziemlich tief. Ach, das, das, ja. Er wird zu laut schreien. Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Das sagst du. Vielleicht bist du aber auch hier, um den Inquisitor zu töten. Glaubst du wirklich, eine Wurst wie ich könnte den Inquisitor töten? Wohl nicht. Also gut, ich lasse dich rein. Aber wir, du machst Ärger. Wir doch nicht. Das würden wir nie tun. Ärger machen. Was die Leute immer denken von uns. Ich mach mir, glaube ich, Licht. Ja, fast zu hell, aber Licht. Aha. Ein weiterer Rekut. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast. Nicht wahr? Nein. Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Eine Botschaft? Gut. Ich werde sie dem Inquisitor überbringen. Nein, ich muss selbst mit ihm sprechen. Hm. Na schön. Inquisitor Mendoza. Ist in der Heiligen Halle. Während deines Aufenthalts darfst du dich in der Festung frei bewegen. Ich hoffe für dich, du weißt dieses Privileg zu würdigen. Wie komme ich zur Heiligen Halle? Hm. Es ist wohl besser, wenn ich dir eine Karte gebe. Damit du dich nicht verläufst. Danke. Ähm, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Jedenfalls vorerst nicht. Was? Glaubst du, ich öffne für einen Banditen das Tor? Erst einmal bringst du deine Botschaft zu Mendoza. Dann sehen wir weiter. Du Würstel. Arsch. Entschuldigung, ist wirklich wahr. Und wer bist du? Bruno am Sonntag. Hallo, Bruno. Hey, wenn du mit Mendoza sprichst, sorg doch mal dafür, dass wir Bier bekommen. Du willst nicht wirklich, dass ich das dem Inquisitor sage. Wo ich so drüber nachdenke, vergiss es einfach. Vielleicht kann ich dir welches besorgen. Auf jeden Fall, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Genau das habe ich auch gefragt, als sie mich hier reingeworfen haben. Ja und? Aber keine Sorge. Irgendwann werden sie das Tor öffnen. Irgendwann? Das klingt so weit weg. Nun, Meister Ignatius entscheidet, ob das Tor geöffnet wird. Also mach dich nicht verrückt, sondern sieh dich erstmal in Ruhe um. Großartig. Wer ist Meister Ignatius? Wer ist Meister Ignatius? Wer Meister Ignatius ist, willst du wissen? Wenn Meister Ignatius sagt, das Tor wird geöffnet, dann wird das Tor geöffnet. Er ist also der Chef? Ja. Ja, ganz genau. Er ist der Chef. Zumindest war er der Chef, bis der Inquisitor gekommen ist. Der hat nämlich jetzt das Kommando. Aber glaub mir, der schert sich nicht um uns Rekruten. Toll. Ein wahrer Anführer. Solche Leute sind meistens diejenigen, die als erstes gestürzt werden. Irgendwann mal mit der Zeit. Hallo, Taylor. Hab ich das richtig gehört? Du willst mit dem Inquisitor sprechen? Ja, ich hab eine wichtige Botschaft für ihn. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Na, das Erste. Ja, ich habe eine wichtige Botschaft für ihn. Habt ihr alle Monster besiegt? Sind die Gefahren gebannt? Willst du wirklich wissen, wie es draußen aussieht? Lieber nicht. Auf einmal wird er ganz anders, ne? Warst du schon mal draußen? Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Sind wir jetzt beim Amt, oder was? Der eine tut nur das, was der andere sagt, wenn du Formular so und so bringst, oder wie? Meister Ignatius. Wie? Bruno erzählte mir von ihm. Meister Ignatius. Wie? Bruno erzählte mir von ihm. Keine Sorge. Du wirst ihn schon noch treffen. Ja, ich befürchte auch. Na gut. Dann schauen wir doch mal uns ein bisschen weiter um, oder? Geht's denn da überall hin? Ich will in die Freiheit. Ich spring einfach runter. Und tschüss. Na. Na, das klappt nicht. Keine Chance. Und du bist nur ein Ordenskrieger. Was heißt hier vor? Meinen Rang hättest du gern. Nein. Nicht einmal geschenkt. Kato. Hallo Kato. Hast du mal ein Stängelkraut? Das ist zu riskant. Obwohl er trainiert, ist zu riskant. Wie klein. Rekrut. Ja, hau mich nicht mit deinem Stecken, ne? Bitte. Bronco. Sieh an. Ein Bandit. Ich weiß nicht, was du vorhast. Aber lass meine Rekruten in Ruhe. Ich wollte doch nur ein bisschen Smalltalk machen. Du Bronchitis. Heißt doch Bronco. Du kommst aus dem Sumpf? Dann kennst du bestimmt meinen Bruder Beppo. Klar kenn ich Beppo. Lass dich nicht von ihm ärgern. Er ist ziemlich mies drauf. Aber das war schon immer so. Deine Mutter Tilda hat nach dir gefragt. Deine Mutter Tilda hat nach dir gefragt. Wirklich? Meine Mutter? Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, sie ist in der Hafenstadt. Ah, sehr gut. Das ist der richtige Ort für sie. Danke für diese gute Nachricht. Mehr nicht? Wup, 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 wup. Level aufgestiegen. Ja, super. Da oben ist so ein... Der steht, der schaut wichtig aus. Hallo, bist du wichtig? Vitus. Ein Kämpfer der Banditen? Nun gut. Ich bin Meister Vitus. Solange du dich anständig verhältst, bist du uns willkommen. Also gerade schaut es halt anständig aus. Aber wenn du gekommen bist, um Streit zu suchen, verpassen wir dir die Prügel deines Lebens. Äh. Warte mal kurz. Steck ich hier fest? Dein Ernst? Das ist sein Ernst. Das ist ein Bug. Das ist sein Ernst. Benutzt doch mal die Treppe. Ja, benutzt die Treppe. Ich lass den aus. William aber nicht. Mit dir quatsch ich nochmal. Du bist im Sumpf? Ja. Dann kannst du bestimmt meinen... Ja. Das kennen wir alles schon. Ja. Deine Mama fragt nach dir. Wirklich? Ja. Du bist ein böse Junge. Du schreibst sie nicht einmal. Nochmal. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Vitus. Ist hier besser? Ja. Nun gut. Ich bin Meister Vitus. Ja. Solange du dich anständig verhältst, bist du uns willkommen. Aber wenn du gekommen bist, um Streit zu suchen, verpassen wir dir die Prügel deines Lebens. Schon klar, wissen wir. Was genau heißt anständig? Was genau heißt anständig? Halte dich aus den Kammern fern. Lass deine Finger bei dir und fang keinen Streit an. Das war einfach. Das versteht sogar ein Bandit wie ich. Ja. Äh, gut. Wo ist jetzt eigentlich der Chef hier? Ein Schmied. Interessant. Hallo, Herr Schmied. Carlson. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Was hast du denn so für Waren? Was hast du denn so für Waffen? Ich habe so einiges. Aber es gibt nichts umsonst. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Alles, was du so gesammelt hast, nehme ich in Zahlung. Das ist aber schön. Was kannst du mir anbieten? Was kannst du mir anbieten? Wahrscheinlich gar nichts. Wir kämpfen hier mit Stäben, nicht mit Schwertern. Aber wir können handeln. Mehr kann ich nicht für dich tun. Ja, dann mach mir einen guten Preis. Was ist mit Schmiede-Rohlingen? Kannst du welche besorgen? Was ist mit Schmiede-Rohlingen? Kannst du welche besorgen? Ich verkaufe nur noch meine Lagerbestände. Hier in der Vulkanfestung ist einfach kein Bedarf dafür. Ich könnte dir welche herstellen. Allerdings müsstest du die Rohstoffe schon selber herbringen. Ja, immer dasselbe. Bring die Metz, dann kriegst du was. Ich habe noch kein Erz, glaube ich. Aber lass uns mal handeln. Lass uns handeln. Vielleicht habe ich echt irgendeinen Graffel, was wir loswerden können. Auf jeden Fall werde ich jetzt dann die Waffe wechseln. Dieses Enter-Messe ist ja super. Beliebt bei Matrosen und Piraten. Klingenschaden 25. Und wir haben genügend Stärke, dass wir es benutzen können. Ich werde eben Dornenkeulen. Da kann er schon einmal drei haben. Hier eins, da eins. Das kann eigentlich alles haben. Das Zeug brauchen wir doch nicht. Na, wirklich nicht. Das rostige Schwert kann auch alle Sechse haben. Die Sichel sowieso. Den Knüppel aus dem Sack brauchen wir fix nicht. Novigen-Stab, glaube ich, auch nicht. Die Holzfäller-Axt brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Aber Bogen, und das werde ich behalten. Was haben wir denn hier? Jägerkleidung. Ja. Ja, das ist schon freilich besser. Die Arbeiterkleidung werde ich noch behalten. Vielleicht finden wir jemanden an, der sowas brauchen kann. Ein Schild kann er haben. Ja, ich glaube, das wäre es dann mal fürs Erste. Krallen und das Zeug will ich noch ein bisschen aufbewahren. Für den Fall, dass man jemanden findet, der das brauchen kann. Und was hast du dann dafür? Einen Speer braucht man wirklich nicht. Wird beim Goldschmieden verwendet. Ah, so. Das können wir eigentlich gleich kaufen, ne? Perfekt ausbalanciert. Also so ein Schmiedehammer, ne? Perfekt ausbalanciert, um stundenlang auf den Amboss zu schlagen. Ich will aber nicht stundenlang draufschlagen. Das sollte schon ein bisschen schneller gehen. Ein ganzer Twitch-Abend für eine Waffe. Supi. Goldschmied-Zange. Diese spezielle Zange wird von Goldschmieden verwendet. Nehmen wir doch alle drei mit. Würde ich sagen, du mal Handel. Oder warte. Können wir da nicht voll machen? Mit irgendeinem kleinen Mistschrott? Muscheln auf keinen Fall. Da könnten wieder Perlen brennend sein. Vielleicht sowas? Na, um Gottes Willen nur eins. Ein Stück. Hat sie sowas gebracht? Aha, das macht er im Ganzen. Ich dachte, da geht sich vielleicht so ein halbes Ding aus. Naja. Dann machen wir es so. Handeln und fertig. Ja. Okay. Okay. Beenden. Tschüss. Hast du noch richtige Waffen? Hast du auch richtige Waffen? Was würdest du davon halten, wenn ich dir mal eine von meinen Waffen um die Ohren haue? Dann wirst du schon sehen, wie gut die sind. Schon gut. Scheiße, den Schmiedehammer hätte man stibitzen können. Verflixt und zugenäht. Umsonst gekauft. Hi, Tucker. Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Tucker, Rekrut der Inquisition. Haha, was für ein Hohn. Dieselben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst dran ziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Und was glaubst du wird passieren? Das weiß nicht mal der Inquisitor. Aber eins ist klar. Wir Rekruten sind die Ersten, die dran glauben müssen. Ja, Kanonenfutter, ne? Kanonenfutter. Das schaut ja aus wie so ein Kampfplatz hier. Wahrscheinlich wieder was zum Üben und Trainieren, kann ich mir vorstellen. Hier haben wir ein Grünblatt. Und noch ein Grünblatt. Sehr schön. Huch, Feuer. So, da können wir unsere Waffe schleifen. Geht das? Auch ein stumpfes Schwert. Ach so, ja, haben wir jetzt. Uns ist alles geschliffen und geschärft. Da gibt's nichts stumpfes. Gut. Gut. Ich würde sagen, wir speichern wieder mal. Das lief einfach gut. Ja. Gut, fortsetzen. Gott sei Dank haben wir den Bug aushebeln können. Ich bin ja auch so schlau, ne? Halt! Halt. Jawohl, ich stehe. Ich, ich hab Halt gemacht. Ich darf mich in der Festung frei bewegen. Ich darf mich in der Festung frei bewegen. Ja, aber das heißt nicht, dass du überall rumschnüffeln kannst. Sei lieber vorsichtig. Einige Bereiche sind für dich tabu. Der Friedhof gehört dazu. Okay. Also verschwinde. Jawohl. Ich will auf den Friedhof. Ich will auf den Friedhof. Ach ja? Und warum sollte ich einen Banditen auf unseren Friedhof lassen? Ich will nur ein paar Blumen auf die Gräber legen. Sonst nix. Wenn du es nicht tust, hau ich dir aufs Maul. Ich geb dir Gold. Wie wäre es mit Blaukraut? Wie wär's mit Braukraut? Äh, Braukraut. Äh, Braukraut. Äh, Braukraut. Mit Braukraut. Sieht so aus, als würden wir ins Geschäft kommen. Besorgt mir zwei Stängel Brauke und ich lass dich durch. Ernsthaft. Hier sind zwei. Hier sind zwei Stängel Brauke für dich. Sehr gut. Der Friedhof gehört dir. Auf Wachdienst hätte ich ja überhaupt keine Lust. Auf Wachdienst hätte ich ja überhaupt keine Lust. Frag mich mal. Meinst du, mir macht das Spaß, sich in die Beine in den Bauch zu stehen? Ich sage dir, du fängst an nachzudenken. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Super. Wir dürfen auf den Friedhof. Hoffentlich müssen wir nicht dort bleiben. In Form von gestorben, ne? Nur mal klubschen, was es hier so gibt. Außer eine hübsche Beere. Ah, eine Gruft. Als ich da mal runter musste, musste ich wirklich kämpfen gegen Untod. Ja, gegen Untod musste ich kämpfen. Ich bin hier eigentlich nur mal an den Kräutern interessiert hier. Grabsteinchen, noch mehr Grabsteine, noch zwölf Grabsteine, noch zwanzig. Grabsteine. Und vielleicht an dieser Truhe hier. Ja, wir bekommen Wasser, ein kleiner Mana-Trank und ein bisschen Goldmünzen. Ist gut. Ist eine gute Kiste. Ich weiß gar nicht, soll ich mich da runter trauen? Ich meine, wir kriegen später einen Auftrag, dass wir da runter müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich schau mal nach. Aber ich glaube, hier gibt es viel Untod. Und Untod ist noch nichts für uns. Hallo, Untod. Hallen der alten Zeiten. In den alten Tagen lehrte ein Mann die Kunst des Kampfes. Berenkir, ein Magier, der den Kampf mit dem Stab meisterlich beherrschte. Er sagte einst zu seinem Schüler, ich kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Das hört sich gar nicht gut an. Hallo? Ich will hier keinen Untod haben. Boah, ey, ich hasse das jetzt schon. Diese alten Gemäuer und so. Ich glaube, wir werden hier sterben. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ja, ist klar. Ist klar hier. Du kannst mich nicht erschrecken. Nein. Wie mich mein Schatzl da jetzt erschrecken will. Voll gemein. Ein paar Dietriche, ein Trank haben wir da, der Lebensenergie und Mana zurückgibt. Rostiger, zwei Hände und ein paar Bolzen. Alter. Da haben wir noch was. Einen Schlüssel. Einen Truhnschlüssel aus der Vulkanfestung. Durch den Rost lassen sich nur noch die Bruchstücke bärr erkennen. Der Knochen, dann schwache, magische Heilung und ein paar Goldmützen. Fisch. Dann wissen wir schon, das ist der Truhnschlüssel für da hinten. Wir kriegen hier außerdem noch von dem Skelett ein paar Dietriche, ein paar Pfeile, ein Jagdmesser und nochmal ein bisschen Gold. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich diese deppelte Truhe aufmache, dann geht es mir an die Gurgel und an den Kragen nach oben rein. Hier haben wir noch ein Skelett. Wieder mit Dietriche, Fläschchen, rostiges Schwert und wieder Gold. Und die Fackel ist aus. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt, würdest du bitte die Fackel nehmen? Eine neue, danke. Was ist denn das? Ein Thron. Kann man sich da hinsetzen oder wie? Wahrscheinlich. Knochen, schwache magische Heilung, Eile, Schriftrolle, so schnell wie der Wind. Das werde ich wahrscheinlich gleich brauchen. Ha! Rostiges Schwert und ein paar Goldmünzen. Ähm. Ich werde es wieder speichern. Ich habe da gerade ein ungutes Gefühl. So. So. Und fortsetzen. Und setzen wir uns halt mal hin. Wie angenehm. Aber keine Zeit zum Hockern, zum Sitzen. Wir mischen weiter. Nimm die Fackel. Probieren wir es aus, ob wir das aufmachen dürfen, die Truhe. Oder ob wir jetzt sterben müssen. Geht auf und wir bekommen Weisheit im Kampf. Ein Werk über die Philosophie des Stabkampfes. Das ist eine Quest. Also ich hau hier mal ab. Ja. Das ist mir schon zu unheimlich. Ein bisschen halt. Unheimlich. Aber nur ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Gott sei Dank. Die Untoten sind nicht auferstanden. Gott sei Dank. Wie der frische Luft. Schön. Das ist immer das Schönste. Frische Luft. Sind das hier eigentlich... Okay. Das sind nur solche Kisten. Die diese Rekruten wahrscheinlich schleppen dürfen. Ist das angenehm, hier wieder draußen zu sein. Ich glaube, diese Äpfel waren auch mal für irgendwas gut. Auch eine Quest, glaube ich. Irgendwas war da mal. Keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. Okay. Jetzt waren wir dort. Was haben wir da? Türen. Hallo. Wer bist denn du? Kasper. Hast du Kraut? Was? Du kommst doch vom Don. Wenn du Kraut besorgen kannst, ich nehme dir ein paar Stängel ab. Also, wenn du ein bisschen handeln willst, wir sind alle scharfe Fahren von draußen. Okay. Dann zeig mal, was du hast. Dann zeig mal, was du hast. Äpfel. Haufen weiße Äpfel. Leere Spruchrollen. Witze erzählen kann er. Schwache magische Heilung. Dietriche Schaufel. Und eine Schöpfkelle. Haben wir schon eine Schöpfkelle? Die brauchen wir nämlich, damit wir uns einen Topf kochen können. Na, schaut nicht aus. Ich bin so frei und kaufe die mal. Dafür kannst du eine Spitzhacke haben. Einen Schmiedehammer kannst du auch haben. Was können wir denn noch entbehren? Die Muscheln müsste ich mal aufmachen. Ich lasse das so. Handeln. Okay. Es war mir eine Ehre. Tschüss. Wo geht's hier lang? Weinkeller. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ah. Na, fein. Ich glaube, die Äpfel werden wir noch brauchen. Ist ja wurscht. Für den Fall, dass wir Äpfel brauchen, können wir sonst bei dem Kerl da auch noch welche kaufen. tun. Kaufen tun. Jetzt noch mal auch der Weinkeller, oder? Nein, da ist nichts. Okay. Die Nase juckt. Servus, Mr. Schleppi. Und Schweinchen. Grunzi, grunzi, grunzi. Boah, der riecht so ein bisschen streng, aber sonst alles gut. Ein paar schöne Pilze. Die haben die Schweinchen ausgegraben. Und du bist Fred. Was ist los? Okay, der ist ganz eifrig am Arbeiten. Den werden wir nicht weiter stören. Ich glaube, da gehe ich nicht rein, weil das wird, glaube ich, als Diebstahl angesehen. Man soll ja nicht durch die Türe, also durch die, also in die nächsten Räume hier halt rein, außer man hat es uns erlaubt. Ja, ich stehe schon, halt. Ich stehe schon, stopp und aus, jawohl. Ich bringe eine Botschaft für den Chef, also lass mich durch. Ich bringe eine Botschaft für deinen Chef, also lass mich durch. Wenn du glaubst, dass du hier irgendwelche Rechte hast, liegst du falsch. Also mach keinen Ärger, sonst bist du Futter für die Schweine. Hast du das verstanden? Ja, ist ja schon gut. Ja, alles klar. Ich werde mich benehmen. Lass mich durch, du Nachtwächter. Schön freundlich bleiben. Ja, alles klar. Ich werde mich benehmen. Gut, du kannst passieren. Ja, ja. Danke. Ach, jemand ist das Rumgeschleime. Ist ja fürchterlich sowas. Enzo, hallo Enzo, hey, hast du mal ein Stängel Kraut für mich? Hey, hast du mal ein Stängel Kraut für mich? Nein, Mann, mit Kraut habe ich nichts zu schaffen. Herrling, Fläschchen, Novizen, Dings, Gold. Passt. Da hat er nichts zu tun. Nein. Ist da nicht irgendwas gewachsen mal auf dem Balkon? Hier irgendwo auf der Terrasse. Wer ist denn da? Hallo, wer bist denn du? Gyrus. Was machst denn du da? Was machst du hier? Ich untersuche die Artefakte. Alles, was unsere Rekruten aus den Ruinen bergen, landet hier bei mir. Ich identifiziere dann die magischen Stücke. Kann ich so ein magisches Artefakt haben? Nein. Nicht mal ein kleines? Nein. Was ist in den ganzen Kisten da? Was ist in den ganzen Kisten? Das meiste ist alter Schrott. Silber und Goldschmuck. Nichts von Bedeutung. Nur die wenigsten Stücke besitzen magische Eigenschaften. Kann ich was von diesem nutzlosen Silber- und Goldzeug haben? Kann ich was von diesem nutzlosen Silber- und Goldzeug haben? Nein, die Schätze gehören dem Orden. Obgleich sie im Moment nutzlos für uns sind, können sie später hilfreich sein, unsere Organisation auszubauen. Ja, ist klar. Können wir wenigstens handeln? Können wir wenigstens handeln? Ich glaube, der kommt an mir nicht vorbei. Dein Gold könnte uns noch nützlich sein. Und es kann nicht schaden, dir ein paar Artefakte zukommen zu lassen. Also gut. Ah, gegen Bares gibt es her. Ach so, dann zeig mir, was du hast. Lass uns handeln. Arschkopf, der dreckige Reise. Schutz vor Eis, Feuer, Magie. Das wäre echt kein schlechter Ring. Stärke plus drei. Maximalis Mana. Was ist das? Lichtzauber. Benötigtes Siegel. Nee. Illusion erschaffen. Witze. Goldbrocken. Schwache magische Heilung. Das sind wahrscheinlich so eine Art Runen, oder was? Benötigtes Siegel. Ich habe keine Siegel. Ganz ehrlich, den würde ich gerne mal mitnehmen, den Ring. Kosten 100. Wir haben hier genug Geld. Stärke plus nehme ich derweil nicht mit, weil das können wir eigentlich eh trainieren. Es stehen da schon zwei an. Entschuldigung, ich halte den Betrieb auf. Das war jetzt keine Absicht. Sag dir doch mal Danke, wenn es vorbei ist. Verstehst. Schutz vor Hiebwaffen. Was habe ich denn da bitte schon alles schon für Ringe? Bin ich wahnsinnig nichts ausgerüstet. Schutz vor Hiebwaffen. Aha. Kann man gar nicht beide? Also maximale Lebensenergie habe ich da. Brauche ich dabei eigentlich auch nicht wirklich. Könnte ich dann eigentlich mit dem und so und so vielleicht haben wir mehr Schutz vor diesen Sachen. Ich mache es mal so. Und ich wollte was noch tun. Richtig die Waffe wechseln. Endlich habe ich es hinbekommen. Super. Wurde auch Zeit. Wer bist denn du? Nun, was führt dich her? Ich bin hier, um Mendoza zu sprechen. Dann kann ich nur für uns alle hoffen, dass du gute Nachrichten bringst. Das werde ich mit Mendoza allein besprechen. Natürlich. Es steht dir frei, die heilige Halle zu betreten. Sehr nett. Der Synchronsprecher von Xardas. Mhm. Von Goffig. Ja, ja. Das ist mit... Was ist mit dem Haupttor der Festung? Was ist mit dem Haupttor der Festung? Wird die irgendwann auch mal geöffnet? Nun, ich denke, es ist an der Zeit. Meister Pallas wird sie für dich öffnen. Das ist sehr nett. Hey, hast du mal einen Stern gekraut für mich? War klar. Tschüüü Ü. Halt. Kein Durchgang. Okay, Entschuldigung. Ich darf das auf einmal eben manchmal schauen, ey. ºgaffe ich hier runterholt, dass mich wieder wäre jemand zusammen? Scheiß da. Errschaftszeiten. Das sagt man nicht. Solange wir noch dürfen, tun wir das Sagen. Hey Ash, wo ist dein Pikachu? Pikachu, hey, hast du mal einen Stängel für mich? Hey, hast du mal einen Stängel? Nein, hab ich nicht. Ich gebe ein, es raubt mich den armen Esch aus. Ich kann nicht nach Pokémon-Reise gehen. Ja, Pech gehabt. Wahrscheinlich ist das die Strafe, weil du deinen Pikachu verloren hast. Jetzt haben sie dich hierher gebracht. Ja. Schäm dich. Ja, da vorne ist dann eh nix. In die Häuslein gehe ich da noch nicht rein. Das können wir später auch noch machen, wenn wir hier... Ja, sagen wir mal so, wenn uns die Leute hier etwas mehr mögen. So. Ja. Na, servus, Kaiser. Da schaut's aus, ne? Eine ordentliche Hüte. Hallo, Inquisitor Mendoza. Du hast einen weiten Weg auf dich genommen, Bandit. Was willst du von mir? Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Was will er? Verhandeln? Warum kommt er nicht selbst? Er hat viel zu tun. Ich bin sein bester Mann. Er hat's nicht so mit weiten Wegen. Er ist schon alt. Boah. Na, ähm. Er hat viel zu tun. Ich bin sein bester Mann. Ich glaub, nimm er das. Ich bin sein bester Mann. Zumindest bist du mutig. Ja. Meinetwegen, dann sprich. Was für eine Botschaft bringst du mir? Die Kämpfe zwischen dem Orden und den Banditen müssen aufhören. Bekommt Esteban es mit der Angst zu tun, oder ist er müde geworden? Den Monstern ist es egal, welche Rüstung wir tragen. Sie greifen jeden an. Sie sind die eigentliche Bedrohung. Die eigentliche Bedrohung? Du weißt gar nichts. Jedenfalls noch nicht. Entschuldigung. Ich bin hier gestrandet auf der Insel. Bitte, woher sollen wir wissen, was da abgeht? Wir haben zuvor, wir sind wahrscheinlich jetzt um die 30, 35 Jahre alt, ne? Wir haben zuvor auch noch nie irgendwas von welchen Tempeln gehört, der aus dem Boden rausschießen. Tut uns wirklich leid, dass wir keine Ahnung haben. Oh, war gescheiter Kerl. Frechheit sowas. Echt. Was wir jetzt brauchen, ist Frieden. Ja. Du weißt mehr über die Bedrohung. Ja, ja, ähm, 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 Frieden? Was wir jetzt brauchen, ist Frieden. Frieden? Es gibt keinen Frieden auf dieser Welt. Soll ich Don Esteban das sagen? Nein, aber ein Waffenstillstand hat seinen Preis. Gut, was verlangst du? Gut, was verlangst du? Ich habe kein Interesse daran, einen Krieg gegen euch zu führen. Höre, was ich dir zu sagen habe und bringe mir, was ich verlangen werde. Dann könnt ihr euren Frieden haben. Dann erzähl mir, was los ist. Die Götter haben uns verlassen. Die dunkle Welle brachte Zerstörung über die Welt. Aber sie sind nicht ohne Geschenk von uns gegangen. In dieser Halle hier erschien die Heilige Flamme als Zeichen, dass wir nicht vergessen sind. Ein letztes Versprechen der Götter, dass uns Menschen die Welt gehört. Aha, das ist ja nicht schlecht, oder? Perfekt, dann können wir anfangen, sie auszubeuten und sie zu zerstören. Äh, Moment. Äh, warte mal. Was? Was ist die Macht der Flamme? Was ist die Macht der Flamme? Die Flamme ist die Quelle der Magie. Das ist ihre Macht. Durch ihre Magie wird die Insel beschützt. Beschützt? Und was ist mit den Ruinen und den Monstern? Der Schutz wird schwächer, unsere Feinde stärker. Die Zerstörung hat bereits begonnen. Oh je, oh je, oh je. Das hört sich gar nicht gut an. Warum haben die Götter die Welt verlassen? Wahrscheinlich sind sie mal auf Urlaub gefahren und dann haben wir Menschen nichts Besseres zu tun, als gleich mal alles an uns zu reißen, oder wie? Warum haben die Götter die Welt verlassen? Das ist eine andere Geschichte, die für uns nicht länger von Bedeutung ist. Gut, er weiß es selber nicht. Und alles, was jetzt zählt, ist unser Überleben. Und wir werden überleben, indem wir unsere Feinde besiegen. Ja, er weiß es selber nicht. So viel dazu. Er ist so viel schlauer als wir. Wer ist der Feind? Wer ist der Feind? Die dunkle Welle hat Mächte längst vergangener Tage freigesetzt. Die Zeit der Titanen sollte vorbei sein. Und doch sind sie hier. Überall da draußen. Sie ziehen über die Meere und kommen mit den Stürmen. Sie kommen, unsere letzten Enklaven zu vernichten. Ja, aber warum? Was haben wir denn getan? Wie können wir die Zerstörung aufhalten? Wie können wir die Zerstörung aufhalten? Solange die Flamme brennt, ist der Kampf noch nicht entschieden. Die Macht ihrer Magie ist die stärkste Waffe, die wir haben. Komm mit mir. Ich werde es dir zeigen. Was sind die Titanen? Folge mir. Dann wirst du es erfahren. Dann zeig es mir. Ich will alles erfahren. Gehen wir. Ja, ich will wissen. Wissen. Wissen ist Macht. Übrigens das Feuer hier, diese ewige Flamme. Die wird später dann bei den Olympischen Spielen gerne, ja, präsentiert. Das ist eine andere Geschichte. Ja, das weiß niemand. Jetzt herrschen die Titanen über die Welt. Doch die Götter konnten sie vertreiben. Jetzt, da die Götter weg sind, fallen sie erneut über unsere Welt her. Doch in dieser Zeit ist kein Platz für Menschen und Titanen. Einer wird weichen müssen. Und das werden nicht wir sein. Folge mir. Jawohl. Die Fackel ist auch im... Ja, kann ich die wegschmeißen? Tschüss. Äh, Putzdienst, da liegt eine Fackel. Also bitte, können Sie nicht aufräumen. Und das in den Hallen des Inquisitors. Ich habe die Titanen bekämpft. Auf Land und auf See. Und ich habe viele Waffen gegen sie eingesetzt. Ja. Wir werden den Kampf gewinnen, wenn wir wissen, wie wir die Flammen nutzen. Doch dazu müssen wir ihr Geheimnis ergründen. Weiter. Jawohl. Boah, der ist so schnell auf die Seite gegangen. Tja. Mhm, mhm. Da geht's tief runter. Servus, schöne Aussicht. Na los, Opa. Geh ein bisschen schneller. Ba, 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 ba. Und jetzt? Ich kann sehen, was keiner sieht. Mein Auge zeigt mir die magischen Strömungen der Welt. Die Flamme, die in der Heiligen Halle zu sehen ist, hat ihren Ursprung im Feuer des Vulkans. Weiter jetzt. Schaut aber unpraktisch aus. Naja, die Brillen von damals halt, ne? Unhandlich, unpraktisch, unschön. Ja. Wahrscheinlich hat sie dafür auch noch keine 3, 4, 500 Euro gekostet. Euro? Was ist das? Stimmt, Goldmünzen. Was ist denn das für ein Tor? Moderne Technik. Hier in diesem Spiel? Hier ist es. Dieses Tor wird uns hinabführen. Zum Ursprung der Heiligen Flamme. Du willst wissen, was für eine Waffe die Flamme ist? Ja. Ich sage dir, die Einzige, die uns noch helfen kann, steig mit mir hinab in die Finsternis und erkunde mit mir das Geheimnis der Flamme. Wir holen uns ihre Macht. Und dann werden wir über die Titanen siegen. Jawohl. Ist klar. Quest abgebrochen. Der gefangene Schatzsucher. Ich habe eine Quest versaut. Hör auf. Aber jetzt ist nicht der Ernst. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Wie kriegen wir das verdammte Ding auf? Also eine Möglichkeit. Vielleicht kriegen wir jetzt schon unseren ersten Bordstein. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Hier. Nimm diesen Teleportstein. Er ist eines der wertvolleren Artefakte, die wir in den Tempeln gefunden haben. Ich selbst habe ihn schon benutzt. Er wird dich auf direktem Wege wieder zu mir zurückbringen. Großartig. Das ist ja gerade voll unfair. Ich habe das mit dem Schatzsucher immer dann gemacht, als ich unten rein musste. Also in das Haus. Habe den befreit. Und konnte dann die Quest abschließen, weil der Bruder befreit war. Habe das dritte, diese dritte Schale bekommen und konnte diese Schale dann den Banditen abgeben. Übergeben, wie auch immer. Das ist ja voll gemein. Wie kriegen wir das verdammte Ding auf? Wie kriegen wir das verdammte Ding auf? Kein Zauber, den wir wirken können und auch nicht die Kraft aller Männer, kann dieses Tor öffnen. Allein die fünf Schlüssel werden es. Fünf goldene Kristallscheiben setzen den Mechanismus in Gang. Und wo genau sind diese Scheiben? Eine von ihnen hielt ich bereits in meinen Händen. Doch leider war sie beschädigt. Oh. Die anderen vier müssen sich auch irgendwo hier auf dieser Insel befinden. Du wirst sie mir bringen. Jetzt weißt du, warum ich hier bin. Jetzt weißt du, was ich von dir will. Nun ist es an dir. Kapitel 2. Der Plan des Inquisitors. Gekacke. Das ärgert mich jetzt gerade, dass die Quest abgebrochen ist. Also, wenn ich dir helfe, kriegt Don Esteban seinen Frieden? Also, wenn ich dir helfe, kriegt Don Esteban seinen Frieden? Frieden. Gold. Solange er meine Leute in Ruhe lässt, kann er machen, was er will. Alles klar. Aber du wirst mir die Kristallscheiben bringen. Ja. Du wirst mit mir dieses Tor öffnen und dann wirst du mit mir hinabsteigen. Warum ich? Weil Esteban dich geschickt hat. Finde diese Scheiben. Okay. Ja, mach mal. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wo ist deine beschädigte Scheibe jetzt? Wo ist deine beschädigte Scheibe jetzt? Sie war der dunklen Wähler ausgesetzt und hat dabei leider gänzlich ihre Macht verloren. Ohne sie können wir das Portal nicht öffnen. Und wo willst du so schnell Ersatz für sie finden? Das wird nicht möglich sein. In den alten Schriften ist die Rede von genau fünf goldenen Kristallscheiben. Nicht mehr, nicht weniger. Daher habe ich den Magier Cyrus geschickt, um die Scheibe zu reparieren. Aha. Wohin hast du Cyrus geschickt? Wohin hast du Cyrus geschickt? Es gibt nur einen Mann, der uns helfen kann. Der Droide Eldrick. Länger als irgendein anderer lebt er schon auf dieser Insel. Er kennt die Geheimnisse der Natur und der Magie. Ich hoffe, dass seine Kraft ausreicht, um die Scheibe wieder herzustellen. Du weißt es nicht? Nein. Genauso wenig weiß ich, warum es so lange dauert. Cyrus hätte längst wieder hier sein sollen. Vielleicht ist ihm was zugestoßen. Wir müssen sicher gehen und nachsehen. Ja, das ist gar nicht gut. Ich werde Cyrus suchen. Ich werde nach Cyrus suchen. Ja. Das ist der Geist, den ich hier brauche. Sorge dafür, dass Eldrick die Scheibe repariert und dann bring sie mir. Aber beeile dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, in fünf Minuten bin ich wieder da. Ich habe jetzt einen Teleportstein. Jedenfalls, wo finde ich den Droiden Eldrick? Wo finde ich den Droiden Eldrick? Der Einsiedler hat seine Hütte auf der Ostseite der Insel. Am Fuße des Vulkans. Im Schatten einer Bergwand wirst du die finden. Kannst du mich eine Karte geben? Naja, was ist ein Druide? Was ist ein Druide? Droiden sind Einzelgänger, die sich den Gesetzen und Moral der Gemeinschaft nicht unterordnen wollen. Tiere und Wildnis stehen ihm näher als Ordnung und Zivilisation. Aber sie haben Macht. Sie beziehen sie aus der rohen, ungebändigten Kraft der Natur. Vertraust du ihnen? Nein. Aber viele Droiden sind Hüter von sehr altem und mächtigem Wissen. Wissen, das wir jetzt brauchen. Ist schon klar. Wo außer dem Don soll ich noch suchen? Wo außer beim Don soll ich noch suchen? Ich hörte das Gerücht, dass unten in unserem Zwischenlager vor der Vulkanfestung kürzlich eine der Kristallscheiben aufgetaucht sein soll. Bisher ist sie allerdings noch nicht bis hierher geliefert worden. Also gehe ich davon aus, dass es sich tatsächlich nur um ein Gerücht handelt. Jedoch, wenn nicht, ich denke, du solltest dort besser mal nach dem Rechten sehen. Sprich mit Severin. Wenn, dann müsste er davon wissen. Könnte sich auch um Diebstahl handeln. 14 Teleportsteine gibt es hier. Das habe ich gar nicht mehr gewusst. Dass es doch so viele waren. Ja. Was? Da haben wir aber schon einen, ne? Das ist ja schön. Aber keine Sorge, wir werden alle 14 kriegen. Deswegen, ich meine mich daran erinnern zu können, dass man wirklich alle kriegen kann. Also normalerweise bin ich nicht so schusselig und verpasse einen. Muss ich jetzt eine Garantie drauf geben? Ich gebe keine Garantie drauf. Fertig. Sicher ist sicher. Gut. Wir müssen hier weg. Das Dorf scheint offen zu sein. Hat noch jemand Wünsche? Schaut nicht aus. Hat er vielleicht irgendwas, irgendwelche Hinweise hinterlassen, der Gute? Buchständer. Steht hier was Gescheites drin? Hier steht etwas über Magie. Weisheit plus 3. Das reicht uns schon. Goldschmiede. Damit kann ich wahrscheinlich nichts anfangen, oder? Nicht so richtig. Stärke plus 5 plus 15. Ein Amulett. Maximales Mana, Schutz vor Hiebwaffen und so. Boah, das hätten wir uns selber herstellen können, auch. Fehlt da nur der Goldbrocken. Irgendwann mal später. Wenn wir genügend Items haben, werden wir das dann fix machen. Ist da oben irgendwas Gescheites? Nein. Wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Wie spät haben wir es eigentlich schon? 21.50. Okay. Dann haben wir noch ein paar Minütchen. Ja, Enzo tut weiter brav kehren. Wir hauen hier jetzt mal ab. Wir gehen auf jeden Fall zu Don Esteban mal zurück. Ich weiß, das wird ein blödes Hin und Her. Aber wenn alles gut läuft, kriegen wir auch bei ihm einen Teleporterstein. Hört's auf, da mit diesen Stecken rumzufuchteln. Äh, warte hier lang. Hier geht es lang. Hier geht es lang. La, li, la, li, la. Hallo Bruno. Lass dich nicht aufhalten. Okay. Äh, hallo du. Das Tor kann geöffnet werden. Das Tor kann geöffnet werden. Und Meister Ignatius? Sag, das geht in Ordnung. Schön, schön. Dann soll das Tor von nun an offen sein. Gut. Nein, ich hätte zuerst lesen sollen. Lesen. Geh weg da. Scheiße. Scheiße. Taylor. Du hast doch bestimmt noch was vor. Ja. Kann ich hier noch, darf ich hier noch lesen? Die Weisheit plus drei war gerade vergeudet. Die hat bei mir gerade keine Früchte getragen. Mist. Schau mal da hinten. Ach, das hilft nichts. Vielleicht passt es irgendwann mal und er geht schlafen. Wahrscheinlich nicht. Der wird so einen eisernen Willen haben, dass er nie mehr schlafen geht. Nie wieder. Die ganze, die ganze, äh, das ganze Spiel übergeht. Der nie mehr schlafen. Ähm, Hähnchenkoeln werde ich machen. Ja, aber das Fleisch werde ich nicht braten. Das möchte ich gern dann für den Eintopf verwenden. Oder eben diese, diese Fleisch. Riecht schon mal nicht schlecht. Fleisch, ein Topf oder was das da war. Das gibt nämlich ein bisschen mehr Heilung, bilde ich mir ein. Ähm, was bist denn du? Ein Wolf. Ja, da sind schon wieder Viecher gespawnt, ne? Also, spielen. Speichern zwar, ich kann gerade am Nachdenken, ob jetzt eventuell der arme Paul gerade abgenippelt ist. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Du bist jetzt ein schwarzer Wolf, ne? Ja. Schlecht. Eins. Aber wir kriegen ihn klein. Mit etwas Geduld. Kriegen wir ihn klein. Ich darf mich nur nicht zu sehr treffen lassen. Ja, komm schon. Trau dich, Mistviech. Ich hoffe, dass wir von Don Esteban... Au. Puh, das war schade. Ich hoffe nur, dass wir von Don Esteban nochmal eine bessere Höchstung kriegen. Das würde mir gerade echt eine große Freude bereiten. Einmal. Patsch. Komm schon. Weißt nicht, okay. Dann schlagen wir zu. Yeah. 120 Punkte hat er gegeben. Schön. Gut gemacht. Ich hoffe, ich muss dann immer hin. Ich trau mich da einfach runter schauen. Na, bei dem... Bei dem Dings da scheinen keine... Das scheint dabei nichts zu... Sein an Getieren. An Viechern. Gott sei Dank. Ich sag's euch. Gott sei Dank. Auf jeden Fall ein Tränkelein schmeiß ich mal rein. Ja. Das war gut. Hier drüben. Gibt es hier irgendwelches Ungetier? Schaut nicht aus. Ungetier. Bist du da? Ungetier. Na, schaut gut aus. Na? Dann hoffen wir mal, dass wir Erfolg haben werden mit diesen Scheiben. Mit diesen komischen. Ah, warte mal. Warte mal. Jetzt bin ich, glaube ich, zu schnell vorbeigelaufen. Nicht nur an der Bäre da, sondern auch da oben. Boah. War da hinten nicht ein Teleporterstein? Ich pfeife schon wieder. Entschuldigung. Das will ich ganz kurz nachschauen. Und ich hoffe, ich sterbe nicht dabei. Auf jeden Fall wäre es jetzt dann bald echt ganz kamott. Und schau, was da noch ist. Ein Kraut. Ich habe das Kraut nicht gelutert. Schäm dich. Schäm dich, Zocki. Bis hierher darf ich noch gehen. Ich darf nur nicht zum Zelt da rüber. Dann kriege ich wahrscheinlich wieder Problemchens. Aber ich glaube, das ist sowieso schon immer Bucky gewesen bei mir. Das Zelt da hinten. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber mir kommt vor, ich hatte da schon mal ein bisschen Ärger. Was haben wir da? Eine Truhe. Wir haben Kerzenleuchter, ein kleiner Rubin. Gefragt bei Goldschmieden. Man kann Ringe daraus herstellen. Gehe mit folgenden Zutaten zur Goldschmiede. Wir brauchen fünf Goldbrocken und den kleinen Rubin. Und benötigt Schmieden nur eins von eins. Das ist schön. Eine Fackel gibt es, einen Heiltrank gibt es, ein paar Pfeile und einen Knüppel aus dem Sack. Sehr gut. Knüppel, Knüppel. So, ich sollte mal speichern tun. So, ja. Speichern, speichern, speichern. Sind da Gnome. Ich glaube, ich spinne. Ich brauche Licht. So, die Fackel schmeiße ich da mal hin. Komm her, Knüppchen. Ja, hau nur draus. Ich hau dich. Ich hau auf dich drauf. Boah, die Waffe geht echt gut. Das ist eine gute Waffe. Gute Waffe. Au, jetzt schlagt er zweimal zu. Hast du einen Vogel? Du Viech. Aua. Ach so, sieht dich ja sonst keiner. Jawohl. Waren das alle? Schaut aus. Der hat nur Fleisch. Und was hast du? Einen Zahn. Ja, auch nicht schlecht. So. Ich werde das gleich wieder speichern. Und fortsetzen. Hallo. Aha. Das könnte hier wieder eine Falle sein. Ich geh da lieber wieder. Mir kam vor, als hätte es hier eine Teleporter-Rune gegeben. Oh! Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Ich bin gerade gestorben. Ja. Ich wurde zerdrückt. Wie so eine Fliege. Klatsch und einfach weg. Ähm. Ich glaube, ich habe gesehen, wie wir da oben an dem Stein geklebt sind. Ich geht. Also, entweder kann ich hier irgendwie die Falle schon entschärfen, oder aber das ist tatsächlich was für später. Das ist ja voll fies. Ja, da sieht man es am Boden, ne? Da hinten wäre doch glatt ein Schalter. Wie gemein. Hm. Ich glaube, viel später. Ich glaube, wirklich viel später, weil, ähm, irgendwie, ich habe vergessen, wie man zu dem Teleporter-Stein kam, ob es da weiter drinnen war oder ob ihn uns jemand überreicht hat. Wurscht, das kostet zu viel Zeit. Wir müssen sowieso da rein, später mal. Also, wie gesagt, uns läuft hier gar nichts weg. Wirklich nicht. Nicht einmal das Getier und die Viecher hier, die laufen eh nur auf uns zu und wollen uns umbringen, aber ja, solange wir schneller sind als die, ist das ja kein Problem. So. So. Dann schauen wir mal nach, ob die armen Rekruten da unten und dieser eine, wie hieß da noch schnell? Seh, irgendwie. Der Chef da unten, ob der unsere Hilfe brauchen kann. Hier beim Lager scheint mal nichts zu sein. Oh, da. Ein Wölfchen. Hallo, Wölfchen. Ein normaler sogar, nur. Nur. Ja, zweimal. So viel zu normal. Dahin ist ein Schwarzer. Es ist ein normaler und ein Schwarzer da. Ich freue mich. Na, super. Alter. Das habe ich ja wieder super hinbekommen. Den habe ich nicht gesehen. Alter Scheißdreck. Viermal. Du spinnst ja, du Mistviech. Eins, zwei. Dreimal. Jawohl, von der Seite gefressen. Sehr gut. Blödes Mistviech. Eins. Puh. Komm da her. Ja. Ja, ja. Wir werden uns gleich wieder fressen. Ich muss da weg. Irgendwie so weg. So. Huh. Einmal, zweimal, dreimal. Ja. So. Boah, hoffentlich kriegen wir den jetzt noch klein. Dieses Mistviech, dieses Dreckige. Ja. Ja. Der wird mich gleich wieder fressen. Puh. Alter Schwede, wie gemein. Kack, Wolf. Echt. Ja, ich meine ich. Komm da her, du Mistviech. Jawohl, der ist hin. Boah, Gott sei Dank. Na, komm her, Mistviech. Ja, ja, voll daneben. Au. Lass dich um... Au. Lass dich umbringen, Mistviech. Gott sei Dank. Sobald wir jetzt da unten sind, gehe ich sofort pennen. Wo ist jetzt der Schwarze? Schwarzer Warnkel, wo bist du gestorben? Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Da ist jetzt nur... Ach so, okay, dann habe ich schon gelootet. Lol, die sind zufällig am selben Fleck gestorben. Auch nicht schlecht. Kommt nichts oft vor. Und schon gar nicht, werden wir das mit Absicht machen. Wo ist das hart? Hart. Diese schwarzen Beister, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die... diese... diese Work bei Gothic waren viel schlimmer als die schwarzen Wölfe hier. Viel schlimmer. Ich gehe pennen. Das ist das allererste... Suchst du was? Ja. Na? Was tust du da? Was tust du da? Hör auf. Psst. Psst. Aus. Ich wollte nur die Fackel wegschmeißen. Hör auf, die Truhe zu stehlen. Was suchst du hier nicht? Ich tue nur schlafen. Was machst du in dem Bett? Verschwinde! Alter, ich wollte doch nur schlafen gehen. Steck dir ja nichts ein. Geh mir aus dem Weg. Ich wollte doch nur schlafen gehen. Wie gemein. Ich würde jetzt nochmal. Ich nehme aber diesmal das hier. Dann bin ich vielleicht schneller. So. Und bis zum nächsten Morgenpenn. Ja, das ist ja nicht so giftig. Ach Gott. Was suchst du? Ich habe nur geschlafen, weil ich war ziemlich kaputt. Was willst du hier? Geh mir aus dem Weg. Geh raus da. Geh weg. Ey, Trottel. So. Mit dir wollte ich eigentlich reden. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Katastrophal. Wir haben hier im Zwischenlager ständig mit Angriffen der Gnome zu kämpfen. Okay. Am Anfang war es ja noch ganz witzig, aber langsam werden sie zu einer echten Bedrohung. Diese kleinen Scheusahle ziehen mittlerweile mordend und plündernd über die Insel. Da. Sieh dir das an. Da sind sie schon wieder. Was? Gnöhmchens. Hallo, du plündertes Mistviech. Der erste ist schon mal hin. Zack. 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 Der zweite ist hin. Äh, Gnom. Da. Ja. Halt. Da. Der ist auch hin. Wo ist noch so ein bisschen? Da. Zack. Du gehst auch weg. Na, nicht den schlagen. Den Gnom schlagen, bitte. Das hört sich furchtbar an. So. Perfekt. Wieder ein paar Erfahrungspunkte mehr. Da ist noch so ein mieses, fieses Ding. Was? Noch ein paar Erfahrungspunkte. Warst du das schon? Na, da drüben haben sie noch eines. Einen. Dich kriege ich, du Schwein. Was? Au. Hey, ich habe nichts gemacht. Arschloch. Echt, das ist ein Arsch. Na, jetzt muss ich von da oben. Geh herauf. Naja, hilft nichts. Geh, wie gemein. Jetzt muss ich von da oben wieder runterhatschen. Habe ich nicht gespeichert? Ich hatte doch... Habe ich vergessen zu speichern? Das ist jetzt wieder ganz schlau. Ach, wie ärgerlich. Habe ich... Ja. Ja. Kein Kommentar. Geh, wie gemein. Ich dachte, ich... Treffe ich beim letzten Gnom noch so einen Idioten, weil er neben dabei stand und hat sich da vor meinem Schwert treffen lassen. Das war pure Absicht. Ich habe es genau gesehen. Der ist so knapp am Gnom gestanden, der wollte sich treffen lassen, damit er mich verhauen kann. Ja. So war das nämlich. Genau so war das. Ja. Ich habe es genau gesehen. Ja. Knurr nur. Mistviech. Ja. Eins. So. Komm da her, du Mistviech. Hört's auf damit, ihr zwei. Echt so ein Mist. Bam. Ja, ja. Au. Au, 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 au. Willst du bitte sterben, du Mistviech? Ja, ja. Hör auf zu laufen. Wer von euch beiden jetzt? Du zuerst? Okay. Dann bitte geh. Stirb weg. Au. Und so ist nächstes. Ja, au, nicht so. Bast, hin ist er. Ist das denn zu fassen? Ach, das ist echt nicht zu fassen. So, dann machen wir halt jetzt Spiel speichern. Ist ja unglaublich. So. Ja, und fortsetzen. Da fehlt einem manchmal echt die Worte. Wirklich, da fehlt sie einem einfach. Sowas Gemeines. Ich will doch nur schlafen gehen. Ich wollte das so machen. Willst du was? Was hast du denn jetzt aufgehoben, du Depp? Du sollst ja nur schlafen gehen. Jetzt hebt er da unter dem Bett irgendwas auf. Ich wurde zum Glück nicht als Diebstahl gesehen. Hallo, wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Ja, bla 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 bla. Katastrophal. Wir haben hier ein Zwischenlager. Ähm, die ist da. Bla 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 bla. Gnome. Ja. Das speichere ich jetzt nochmal. Weil ich wieder wahrscheinlich irgendjemanden treffen werde. Von diesen Trotteln. So, komm her, du scheiß Gnome. Da, sterben. Was? Nichts hin. Au. Da, der ist hin. Komm, schlag. Würdest du schlagen. Mach. Bist jetzt bald mal hin. Au. Ja, jetzt habe ich den wieder getroffen, ne? Weil der so ein Vollidiot ist und der einfach daneben stehen bleibt. Wie so ein Depp. Rennt hin und ja. Das machen die mit Absicht, damit ich die Erfahrungspunkte nicht kriegen kann. Arschblöder, echt. Das ist ja wahr. So, lauf nicht drüber. Jetzt habe ich das Händel umgebracht. Ich habe das Händel umgebracht. Entschuldigung. Hey, das gibt sogar 10 Punkte. Würdest du sterben, wisst ich. Jetzt treffe ich schon wieder den. So, stirb. Hoffentlich hauen sie mich jetzt nicht wieder weg. Au. Also sind das Händel umgebracht. Ups. Das war keine Absicht. Vielleicht hat sie schöne Keulen für uns. So, treffe ich jetzt wieder den. Das macht uns keine Probleme mehr. Das ist die einzige Sprache, die die Fiecher verstehen. Na, jetzt ist er ruhig. Gott sei Dank. So. Passt. End der Messer. Mal schauen, dass es so ein Händel gibt. Ja, jetzt wo es schon im Händel, also im Hündchenhimmel ist, da ist es sicher nicht böse, wenn wir da seine Gebeine mitnehmen. Oder seine Keule. War ja keine Absicht. Ich kann nichts dafür. Ehrlich, ich bin unschuldig. Ja. Das braucht auch keiner anzweifeln. Entschuldigung. Ich wollte deine Frau nicht umnieden. Oder deine Freundin oder Schwester, wie auch immer. Das war einfach im Eifer des Gefechts. Da bin ich komplett unschuldig. So, und jetzt da? Kannst du jetzt da irgendwie was Gescheites von dir geben? Außer, deine Gnome sind Geschichte. Deine Gnome sind Geschichte. Ja, ich dachte schon, diesmal würde es mich erwischen. Danke für die Hilfe. Es ist zum Verrücktwerden. Wenn das so weitergeht, haben wir ihnen bald nichts mehr entgegenzusetzen. Es scheint fast so, als würden sie von irgendwem dazu getrieben. Du meinst, die Gnome haben einen Anführer? Du meinst, die Gnome haben einen Anführer? Kann sein. Naja. Es wird ja so einiges geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählen soll. Was soll das? Wovon sprichst du? Es gibt da so eine Fabel, die sich Seefahrer am Lagerfeuer erzählen. Hüte dich vor dem Gürger und seinen Schergen. Wenn du Unrecht tust, kommen sie über dein Land, töten dich und stehlen dein Hab und Gut. Jetzt dreht er völlig durch. Hm. Mag sein. Aber irgendwie erinnert mich diese ganze Scheiße daran. Sehr schön. Der Inquisitor schickt mich. Der Inquisitor schickt mich. Er wartet auf die Lieferung einer goldenen Kristallscheibe. Wie sieht's damit aus? Verdammt. Ich wusste, dass das eines Tages passieren würde. Diese verfluchten Gnome. Nee. Jetzt sagt bloß nicht, ihr habt sie euch von den Gnomen klauen lassen. Hm. Naja. Na toll. Das habt ihr ja prima hingekriegt. Ja, ich weiß. Aber ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern. Ja, ich spiele ja auch in WoW einen Gnom-Schurken, ne? Also mit Taschendiebstahl, ne? Kenne ich mich aus. Das klappt ganz gut bei sehr großen Leuten. Die sehen uns gar nicht kaum. Das ist voll super. Jedenfalls. Und jetzt? Was soll ich dem Inquisitor sagen? Und jetzt? Was soll ich dem Inquisitor sagen? Hey, Mendoza, altes Haus. Keinen großen Plan kannst du wohl vergessen. Der Gürger hat die Kristallscheibe geklaut. Beim Licht der heiligen Flamme. Nein! Wir müssen die Scheibe irgendwie wiederholen. Vom Gürger? Nein! Ach, verdammt! Ich weiß es doch auch nicht! Na großartig. Na gut. Ich werde nach deiner Kristallscheibe suchen. Na gut. Ich werde nach deiner Kristallscheibe suchen. Nein. Das kann ich nicht von dir verlangen. Es ist an mir, diese Mission auf mich zu nehmen. Tatsächlich? Stimmst du dabei? Dann wärst du der Erste, dem ich begegne, der das so sieht. Wirklich? Ach, wenn das so ist? Ja, ja. Komm, erzähl mir einfach, was du über die Gnome weißt. Tja. Also, wenn sie uns angegriffen haben, kamen sie meistens aus dem Osten. Okay. Das gibt... Äh, was gibt es denn im Osten? Was gibt es denn im Osten? Ein großes Gebiet. Und ganz am Ende der Insel eine lange Hängebrücke, die zu einer großen Felshalbinsel führt. Doch ich kenne niemanden, der jemals dort gewesen ist. Mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen. Na gut. Ich hoffe, das reicht. Wir sehen uns. Ja. Pass auf dich auf. Na gut. Oh, die zweite Pause ist auch bald fällig. Oh. Oh. Gut. Na schön. Wie heißt es so schön? Einmal mit Profis, ne? Es ist ein Träumchen. Es ist einfach ein Träumchen. Naja. Im Osten. Ähm. Von hier aus gesehen wäre Osten dort. Oder von da aus gesehen wäre Osten da. Hui. Irgendwie so. Auf jeden Fall gehen wir nach wie vor, wie wir es geplant haben, zu unserem lieben Chefchen Don Esteban zurück. Hui. Huch. Und erstatten ihm einmal Bericht. Wie die ganze Sache gelaufen ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir bekommen auch einen Teleporterstein zu ihm heim. Also zum Banditenlager. Suchst du was? Okay. Mit dir kann man nichts mehr reden. Äh, okay. Schön wäre es jetzt nur, ehrlich gesagt, wenn wir schon vielleicht dieses Waffengut hier haben können. Waffengut sag ich immer. Diese Werkzeugbeutel haben können. Das wäre echt nicht schlecht. Aber ich glaube, das kriegen wir noch nicht ganz zusammen. Auf jeden Fall müssen wir wieder zurück zu Don Esteban hatschen. Ich hoffe, dass es richtig ist, wenn wir eben so einen Bericht erstatten. Ich werde es eh gleich sehen. Und noch mehr hoffe ich, dass wir eine Teleporter-Rune bekommen. Ja. Das wäre mehr als schön. Und dann geht eben die große Suche los. Eine bessere Rüstung wäre auch nicht schlecht. Ui, was haben wir denn da? Eine starke Ratte. Jo. Und eine Motte. Komm nur her. Du Staubfänger. Au. Oh, das ist eine gute. Eine starke. Eine starke Motte. So. Bisschen noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich höre da ein Viech. Aber ich glaube, da ist nichts. Schön. Doch hier. Puh. Na, du wolltest dich von mich ranschleichen, was? Mist, Fisch, Dreckhatz. So, das war's mit dir. Mist, Fisch. Sehr gut. Ich habe immer das Gefühl, da faucht irgendwas. Wahrscheinlich fange ich nur Spinnen an. Das kann sein. Jedenfalls. Da drüben sind Wölfe, okay? Servus. Wie sieht's aus? Die Weißen scheinen sich nicht mehr um uns zu kümmern. Nein. Aber ich traue dieser trügerischen Ruhe nicht. Warum? Gerade jetzt sollten wir besonders wachsam sein. Also, pass auf dich auf, Kollege. Ja, Kollege. Kollege. Was trinken wir? Nicht schlecht. Und dann gehen wir den Wolf da drüben klatschen. Jawohl. Schön voll trinken. Zweimal noch. Und einmal noch. Perfekt. Dann können wir das Ganze mal speichern. Bevor ich wieder mal abnippeln do. Hallo, Wolf. Gleiches Tschüss, Wolf. Warte, da ist noch was. Noch ein Wolf. Und Tschüss, Wolf. Boah, das ging gut jetzt. Zweiter Wolf. Da ist Wolf. Noch ein Wolf. Nichts mehr Wolf. Nichts mehr Wolf. Ja, dann würde ich sagen, wir latschen hier hoch. Oh, oder? Eigentlich wird es eine Pause fällig. Wir sind hier eigentlich eh sicher bei der Hütte da. Ich würde sagen, wir machen gleich eine Pause. Also jetzt sofort. Ich trinke nochmal einen Schluck. Und wir sehen uns dann in 15 Minuten wieder. Würde ich sagen. Ja. Eine Pause haben wir uns verdient. Na gut, ihr Lieben. Also dann, bis. Bis gleich. Bis gleich. Äh. O QR. O QR. Äh. O QR.